G2 eSports Wer bist du? Ich bin Kenias von G2 eSports. Was machst du? Ich bin ein Hooper, jemand, der den großen Winkel hält. Das ist das, was ich in meinem Team mache. Warum bist du hier? Ich bin hier, um die ESL-Colon. Wir wurden ausgedrückt, aber wir haben es seit gestern. ESL oder Dreamhack? Träte Frage. ESL oder Dreamhack? ESL. Twitch oder Youtube? Youtube. Lefte oder rechte? Lefte. Warum? Weil ich rechtshandel bin. Selbst wenn ich mit der rechten Hand bin, ich bin rechtshandel. Das ist wirklich psychologisch. Welches Team bist du? Face oder Astralis? Ich mag Astralis. Was war das erste Spiel? Das erste Spiel? Oh, ich habe so viele Spiele gespielt. Ich habe so viele Spiele gespielt. Ich weiß nicht, es war vielleicht Mario oder Zelda oder Final Fantasy. Aber ich habe so viele Spiele gespielt. Ich habe so viele Spiele gespielt. Du bist der erste Person, die zu beantwortet, nachdem ich eine gewinne Spiel gewinne. Der erste Person, die zu beantwortet, ist, ich habe so viele Message gekriegt. Ich habe so einfach meine Freunde, meine Familie und Leute, die ich übernehme. Wer bist du am meisten dankbar für? Ich fühle mich sehr dankbar für meinen Mannagern. Er ist seit Jahren ein weiterer Figur. Er hat auch sichergestellt, dass ich heute eine Karriere hatte. Ich habe angefangen zu sein, weil ich ihn professionell bin. Er hat mich für einen besseren Spieler zu sein. Ich bin ein Mannagerniak. Was ist dein Lieblings-E-Sport? Er spielt vor den Städten. Was wünscht du am meisten nach diesem Event? Valencia und dann die Freude.